schlechte Spiele nur schlecht Komoot die Karte von der Rango wir hatten zum Geburtsdorf um in Dresden sie hat mich nicht Darm Darm Damm 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 ich habe mal sie wird geschießt ja weil sie schon klar und dass sie nur listeniert die Forms und ich hab's mir gedacht sehr schade Mensch und dieser noch gegen Bayern zu kurz wenn wir sehen was sich daraus raus guckt für uns zu Gott um den Gründer gezeigt nur Schlagbaum jetzt auf einmal jetzt auf einmal ja wahrscheinlich weil Ding weg ist der liebe Larm die ganze guten Dinge werden soll die Rotterdam gezeigt Prozent Gründer gezeigt Mensch ich muss um die Nummer gegen mit alle sprechen es wird einfach so jetzt gehen die Bock bisher muss er verbessert obwohl er bei uns gespielt hat Tante und ich bin topf um und verliert 2 Moraipunkt und dort sagt sehr verbessert er gewinnt sein 3 Moraipunkte Markus Reus zu sich du hast gut trainiert du hast auch gut trainiert über die Jungen Nordfahrt Hermann sich sehr verbessert gut im kurzen Weg selbst wie immer meine Lieben gut und ich so ist auch auf dem Grund für Mord was verkaufen die bitte alles ich muss schon schauen auf Schweinsteiger Fertig verkauft ist nur ein Schweinsteiger Tatsache bei Manchester City wollen die mich verarschen was gehen wir bitte mit denen er ab auch Mensch 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 gut für uns so kann es wenig zu schlagen 1009 Spieler für uns sichere Zukunft aha Uhu da kann man gescheit zuschlagen mein Lieben Ball auch sogar Raoul Pietersen es geht sogar und ich will sogar umsonst bekommen okay jetzt ausmachen soll auch Mensch so 0 Petritsch Wartner erstmal abbrechen wie sieht es aus Ballack Schmiedeboch Verfahren Schwab Ulitsch Müller ist junger Spieler Ulitsch Gattes Na das könnte noch Position bitte einfach nur ein Stürmer Nein ich habe weitergemacht auch ein Mensch weiß egal ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft ja ich will aber nichts mehr neues kaufen ich bin ich so mit auf Sau wie unser Magath aber Fitness wir sind auf diesem Platz nicht gerade überragend Josée verlängert sein Vertrag und das sind ja schon wieder in der Hinrunde in der Rückrunde mehr lieben muss man Glück und Höre los bis dort die Sonne des bitte kleiner stinker du egal in die beiden eben vor also auch bis dort was ist los mit euch und dann sehen wir uns wieder ein paar die Spiele zum Rückrunden Start gegen den großen FC Bayern und es ist wieder rot angezeigt sehr komisch hier wir sehen uns gleich wieder tschüss Leute haut rein Vielen Dank.